Hallo und herzlich willkommen auf Infobox, Ihr Kanal für Informationen, Meinungen, Reportagen, Aktuelles, Ereignisse und vieles mehr. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Wir hatten gestern in Berlin einen großartigen Tag. Michael Ballweg hatte dazu aufgerufen, am 3. August 2024 für Frieden, Freiheit und Wahrheit zu demonstrieren. Ich hatte großartige Menschen getroffen. Wir, die auf der Straße waren, waren absolut friedlich. Ich habe keinen einzigen gesehen, der randaliert hatte oder aus der Rolle fiel. Im Gegenteil, am Straßenrand stand die Antifa, die dafür bekannt ist, gewaltbereit zu sein. Für die Antifa waren wir, die friedlichen Bürger, die für den Frieden demonstrierten, die Nazis. Diesmal kehrten die Demonstranten den Spieß um und riefen der Antifa zu, Faschisten, raus. In der Nähe des Großen Stern in Berlin war die Bühne aufgebaut. An und für sich sollte die Kundgebung direkt am Großen Stern stattfinden. Durch Schikanen der Ordnungsbehörde wurde dies jedoch untersagt. Es wurden einige Stände aufgebaut, um insbesondere Getränke zu verkaufen. Diese waren bei dem herrlichen Wetter auch dringend erforderlich. Zwei Wochen zuvor wurde der Antrag bei der zuständigen Behörde gestellt. Dieser wurde jedoch aus reiner Schikane nicht bearbeitet. Deshalb hatte die Polizei es untersagt, Getränke zu verkaufen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir in Gera die gleiche Situation hatten. Getränke durften nicht verkauft werden. Man wollte sie dann kostenlos abgeben. Soweit ich das mitbekommen habe, wurde auch dies untersagt. Es sind immer wieder die gleichen Schikanen, mit denen man versucht, solche Kundgebungen zu verhindern oder zu stören. Ich hatte mir, nachdem wir morgens gegen halb eins wieder zu Hause waren, die Tagesschau ausnahmsweise mal angesehen. Ich wollte mal sehen, wie darüber berichtet wurde. In dieser Ausgabe der Tagesschau jedoch wurde die Großdemo in Berlin nicht mit einem einzigen Wort erwähnt. Dafür wurde ziemlich ausführlich über den sogenannten Christopher Street Day in Hamburg, der auch am 3. August stattfand, berichtet. Mit Regenbogenfahnen für Vielfalt war das Motto für den Hamburger Christopher Street Day. Du und ich gegen Rechtsruck. Das war es der Tagesschau wert, darüber zu berichten. Es ist immer wieder das gleiche Spiel. Die wirklich wichtigen Nachrichten werden entweder nicht gezeigt oder im wahrsten Sinne des Wortes verdreht. Ich hatte das Gefühl, dass mehrere Zehntausend in Berlin unterwegs waren. Von offizieller Seite hieß es 12.000. Es ist natürlich schwer, die Teilnehmerzahl zu benennen. Wir hatten viele bedeutsame Redner am Start. Darunter auch Professor Sönnigsen. Ich werde die wichtigsten Reden jeweils in einem eigenständigen Beitrag zusammenstellen. Professor Sönnigsen ist Arzt. Er bekam Berufsverbot. Ich hatte seinerzeit auch darüber berichtet. Berufsverbot, weil er die Corona-Maßnahmen in Frage stellte. Unter den anderen freien Journalisten fühlte ich mich, also das waren ja mehr oder weniger meine Mitstreiter, gleich wie zu Hause. Ich hatte zum Beispiel getroffen Helmut Reinhardt, Paul Klemm und den werden wir hier auch gleich noch sehen, in diesem heutigen Videobeitrag. Ich hatte die Gelegenheit, ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Dann auch andere bekannte Gesichter wie Weichreite TV. Björn Banane lief uns dann auch noch über den Weg. Also es war im Großen und Ganzen eine großartige Stimmung. Es war anstrengend, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wir, die wirklich wahren Journalisten, die echten Journalisten, die ungeschönt berichten, die die Wahrheit berichten, wir sind diejenigen, die darüber informieren, was in unserem Land tatsächlich Sache ist. Wenn es uns nicht gäbe, ich denke, wir haben da eine ganz bedeutsame Rolle, dann würde es in dieser Welt oder zumindestens, ich will gar nicht so weit gehen, zumindestens in Deutschland, sehr, sehr traurig bestellt sein um den Journalismus. Ich war gestern fünfeinhalb Stunden live. Ihr könnt euch vorstellen, das war sehr, sehr anstrengend. Und wenn man mit einem Smartphone filmt, dann ist es natürlich so, dass irgendwann der Akku dann auch leer ist. Natürlich alles am Tag zuvor zu 100 Prozent aufgeladen. Ich hatte auch externe Mikrofone dabei, aber ich musste mich entscheiden, externes Mikrofon, das ich anstecke. Oder die Powerbank, wie man so schön sagt, also noch eine zusätzliche Stromversorgung. Ich habe mich dann dafür entschieden, ansonsten hätte ich nicht durchgehend fünfeinhalb Stunden circa online sein können. Ich hatte dann auch die Gelegenheit, ein kurzes Gespräch mit Paul Klemm zu führen. Das hat mich richtig gefreut. Der lief mir mehr oder weniger über den Weg. Und den werden wir in diesem Videobeitrag, den wir gleich gemeinsam uns ansehen werden, auch noch zu Wort kommen lassen. Ich hatte ihn gefragt, wie es mit ihm weitergeht. Und er hat mir mitgeteilt, dass er ab heute mit einem eigenständigen YouTube-Kanal am Start ist. Ich habe ihn natürlich auch gefragt, wie geht es dann weiter mit Kompakt. Und er meinte, wir werden auf jeden Fall wieder zusammenkommen. Denn nach meinem Dafürhalten kann dieses Verbot nicht aufrechterhalten bleiben. Frau Faeser hatte ja gesagt, ich verbiete Kompakt.TV. Sie fühlt sich wohl als der Staat. Sie ist die mächtige Frau im Staate. Aber es gibt auch noch Gesetze. Es gibt ein Grundgesetz. Und gemäß Artikel 5 Grundgesetz gibt es auch die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit. Und wir werden uns nicht davon abhalten lassen, weiterhin einen vernünftigen Journalismus zu machen. Was Kompakt angeht, da bin ich sehr optimistisch, denn sie, also Jürgen Elsässer, hat zehn Anwälte damit beschäftigt. Die werden dafür sorgen, dass die Maßnahmen wieder zurückgenommen werden. Die Frage ist natürlich, die Gerichte, die Mühlen arbeiten langsam. Die Frage ist, wann. Ich hoffe bald. Es wurde ja ein Eilantrag gestellt. Und Eil, das kann zwei Wochen dauern. Das kann vier Monate dauern. Wir hoffen in jedem Fall das Beste. Es ist eine Schande, wenn man nicht einmal mehr Symbole zeigen darf, um die Solidarität mit Kompakt zu bekunden. Diese Leute werden behandelt wie Schwerverbrecher und bekommen eine Anzeige. Paul Klemm hatte mir gegenüber auch davon berichtet. Ich hatte auch selbst diese Sache mitbekommen. Da hatte jemand eine Fahne mit dem Symbol von Kompakt drauf. Das werden wir auch in diesem Video kurz sehen. Ganz so dicht konnte ich nicht ran, weil wir waren von der Polizei abgeschirmt worden. Aber ein bisschen mit Telezoom ist da doch etwas zu erkennen, dass sie jemand festgesetzt hatten, der dann diese Anzeige bekommen hat. Nach meiner Meinung ist es nicht vereinbar mit Artikel 5 unseres Grundgesetzes. Außerhalb meines Livestreams hatte ich zuvor von der Demonstration auch einige Aufnahmen eingefangen. Die werden wir uns gleich gemeinsam ansehen. Danach folgt das Gespräch, das ich gestern mit Paul Klemm führen konnte. Teilt bitte auch dieses Video. Es werden weitere Eindrücke und Zusammenfassungen folgen. Dabei natürlich auch die Rede von Professor Sönnigsen. Übrigens, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, ich habe da einige bekannte Gesichter getroffen, beziehungsweise auch unbekannte. Ich wurde angesprochen von lieben Menschen, die mich erkannt haben, die mir dann Mut gemacht haben, sich bedankt haben für meine Arbeit. Ganz liebe Grüße gehen auch an diese Menschen raus, die ich da getroffen habe. Ich kann namentlich, kann sie namentlich gegenwärtig nicht nennen. Es waren auch welche aus Mecklenburg-Vorpommern dabei. Leute, die meinen Kanal abonniert haben und deshalb auch gleich an euch die Bitte. Abonniert bitte meine Videos. Hier werdet ihr sehr interessante Dinge immer wieder erfahren. Denn das aktuelle Zeitgeschehen, aber auch viele andere Dinge mehr, worüber der Mainstream nicht berichtet. Aber nun zu den ersten Eindrücken und zu dem Gespräch mit Paul Klemm. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist es in der Nähe von der Anlage, dann gehe ich nochmal in die Suche. Lanzi ist raus! Lanzi ist raus! Ihr kennt alle den Kanal EingeschenkTV. Der gute Mann geht gerade vor uns. Natürlich auch, wie sich das gehört, mit einem Fotoapparat bewaffnet. Das war jetzt meine Song. 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 Hallo Paul! Herzlich Willkommen! Wir sind live! Infobox live auf Sendung. Ich wollte euch ein paar Worte sagen, Paul. Wir haben sehr intensiv erfolgt, was man mit Kompakt gemacht hat. Und wie sehen eure Zukunftspläne aus? Kannst du dazu etwas sagen? Also, ich bin heute hier, um Aufnahmen zu sammeln für einen eigenen Kanal. Also, morgen habt ihr gerade keinen Wechselkorn oder so? Ja. Ihr könnt auch näher rankommen. Genau, der soll morgen an den Start gehen. Kanal Klemm auf YouTube. Ja, super! Und da bin ich heute schon am Willen. Ich freue mich mega, hier zu sein und so viele Leute zu sehen. Also, echt überwältigend. Hätte ich gar nicht gedacht, dass so viele kommen. Fantastisch. Ja. Ich werde weiter gucken, was du machst, was ihr macht. Dankeschön. Ich hoffe, ihr werdet wieder ein Team. Ja, auf jeden Fall. Und, der alternative Journalismus geht immer weiter. Ihr macht es ja vorher. Ja. Wir sind gerade live. Genau. Livezeit. Kann man nicht mehr rausschneiden. Ja. Esvenzifizieren. Ja, genau. Nie wieder Festismus. Nie wieder Parteiverbot. Richtig. Meine Frau hat mir ein Abo vom Vertragmagazin geschenkt. Ich habe die Uli-Ausgabe gekriegt. Aber das Geld wurde gar nicht reingezogen. Weil ihr die Sammeln lasst, das gar nicht machen wollt. Ja. Das war auch interessant für die Zuschauer vielleicht. Hier waren so ein paar Leute. Einer hatte eine Kompaktflagge. Ja. Hat sogar das Ziel verdeckt gehabt. Ja. Wurde trotzdem rausgeholt von der Polizei. Ja. Hat eine Anzeige bekommen. Wegen des Zeigens verbotener Kennzeichen. Ja. Wahnsinn, was hier vor sich geht. Ja, schlimm. Ja. Aber das wird wieder. Ja, es wird wieder. Wir werden das rückgängig machen müssen. Ja. Ja. So geht es nicht weiter. Es geht weiter. Eigenen Kanal hast du nicht oder geplant? Kommt morgen, wie gesagt. Sehr geplant. Wir machen heute Aufnahmen hier auf der Demo. Ja. Genau. Super. Sehr schön. Wie heißt Ihr Kanal? Meiser-TV. Okay. Meiser-TV. Die Infobox sieht man nachher dann. Okay. Sehr schön. Na dann. Grüße an die Zuschauer. Super. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob das heute klappt. War ein bisschen. Ist nicht klar? Achso. Okay. Okay, klar. Hab ich. Hab ich. Menschen 2024 mein Vorschlag. Dankeschön. Ja, gerne. Danke auch. Ja, wie ich eben hörte, ist hier ein größerer Polizeiauflauf, weil irgendjemand auf der Fahne das See von Kompakt gehabt gehabt haben soll. Den haben sie wohl schon abgeräumt. Im Moment kann ich nicht erkennen, wer das gewesen sein könnte. Wie sieht Ihr in der Fahne aus? Ich hab's geschafft. In der Fahne. Ich hab's geschafft. Ich habe die Fahne. Wir machen die Fahne. Da ist ein bisschen schönich. Ein bisschen schönher mit der Fahne. Ja, ja. Was hat er gesagt? Oder was hat er gesagt? Amikau hau! Ja, ja. Ich glaub, Amikau hau! Ja. Es wurde auch toll. Es ist unglaublich, da werden Menschen festgesetzt. Nur weil sie ein Zeh auf ihrer Fahne haben. Es ist nicht so laut. Das war der erste Teil der Berichterstattung über die Friedenskundgebung gestern in Berlin. Weitere Teile werden folgen. Da werde ich dann insbesondere einige Redner zu Wort kommen lassen. Vielen Dank für die Geduld. Vielen Dank, dass ihr, ich hoffe es, meinen Kanal abonniert habt. Ansonsten den Kanal jetzt bei dieser Gelegenheit gleich abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.